Musik Wieso wollen die Jungen jetzt plötzlich sagen, jetzt einmal provokativ, wieso interessieren sie dich immer mehr für die Politik? Also ich glaube, es ist sicher auch so, je älter dass man wird, desto mehr betroffen ist man von den politischen Entscheiden. Also gerade jetzt zu Kontiziten, ist sowieso ein bisschen schwierig, weil ein Student, ich habe keine Steuern gezahlt, aber irgendwann werden eben Steuerpflichten und es fällt sie dann vielleicht auch interessieren, was wird eigentlich mit meinem Geld gemacht, wo ich Steuern zahle. Oder auch gerade mit dem Gesetz kommt man immer mehr, also ich begegne. Also ich sehe jetzt bei den Einten, die ich jetzt kenne, die jetzt ein Haus gebaut haben, die dort rechtliche Fragen haben und teilweise vielleicht auch gesehen haben, was für ein bürokratischer Aufwand das sein kann, oder? Und das erste Mal in ihrem Leben mit den Behörden überhaupt zu tun haben, so denke ich, kommt das langsam schon. Also ist es die persönliche Betroffenheit, die einen dann letztendlich dazu bringt, um aktiv mit zu gestalten? Ja, so merke ich, als komme ich das mit.